33-tägige Andacht. Lurin im Gebet für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. Zweiter Tag. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33-mal das kostbare Blut Jesu auch. Für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers. Die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen Anliegen kann man nennen gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auch. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am Verlassen es dann ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhöhung in meinem Anliegen. Amen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Uns allen deinen Segen gib.